Gebitte! Wer braucht eine ÖH? Die Leute wichtig tun! Besserwisser! Obergescheite! Parteisoldaten! Weltfremde sind das! Ideologisch pubertierende nachplappern! Die machen ja nur was in der ÖH, damit sie später was werden in der Partei! Und was tuns in Wirklichkeit? Sitzen umma dumm und tun nichts! Ich habe gelesen, die kriegen Millionen gezahlt nur fürs Demonstrieren gehen! Und vor allem, sogar wenn das so wahr ist, du könntest ja nichts tun dagegen! Naja, außer das mit dem Wählen gehen! Das geht, genau! Wählen gehen! Da kann die jetzt diese Wahl nicht? Hashtag OH15! Da kann man die! Also, sind wir schon dort! themed Wirklichkeit! Ich habe die Willkommen! Es gibt deutlich, dass wir unsyarder und hinterher was natürlichen. So möchte ich es nicht wirklich. Sprechen!